Die Badische Zeitung, also der Badische Verlag, der die Badische Zeitung herausgibt mit Sitz in Freiburg, hat mehrere Medien. Eins davon ist die Tageszeitung, dazu mehrere große Online-Plattformen. Wir hatten vor zwei Jahren die Herausforderung, dass Kunden an uns herangetreten sind aus dem Immobilienbereich und das Gespräch gesucht haben, um mit uns im Bereich einer Immobilienplattform kooperieren zu wollen. Wir haben einen Auswahlprozess gestartet und hatten dann zum Schluss 15 bis 20 Firmen, von Helsinki bis New York. Viare war deshalb für uns eigentlich der richtige Dienstleister, weil sie sehr kurzfristig in der Lage waren, unsere Anforderungen zu realisieren. An Viare haben wir einen fertigen Anforderungskatalog gestellt, der alle Punkte enthalten hat, die uns wichtig waren und vom ersten Programmcode bis zum fertigen Produkt sind gerade mal vier bis fünf Monate vergangen. Wir haben durch die Realisierung von Wohnverdien mit Viare zusammen die Möglichkeit bekommen, schneller und adäquater am Markt zu reagieren. Viare hat einen sehr guten Kenntnisstand, was aktuelle Entwicklungen angeht, was aktuelle Technologie angeht. Dadurch, dass sie sehr genau zuhören und gemeinsam mit ihrem Kunden einen Markt verstehen und den dann gut bedienen wollen, funktioniert das eigentlich sehr gut. Ein klarer Vorteil, den wir jetzt auf dem Markt haben, ist, dass wir konkurrenzfähiger geworden sind mit unserem Produkt, weil wir damit jetzt im 21. Jahrhundert angekommen sind. Und auch da kann man sagen, dass Viare uns auch Impulse gibt. Also sie zeigen auch durchaus Projekte, Produkte, die sie mit anderen Kunden, mit anderen Firmen realisiert haben. Und obwohl da schon ein paar tausend Kilometer Distanz waren, ist es uns immer wieder sehr schnell gelungen, doch einen Konsens zu finden und eine Lösung. Wir haben es geschafft, viele Features, die wir von Anfang an wollten, einzubauen. Alles in allem waren wir doch sehr zufrieden und auch vor allem, dass der Zeitpunkt eingehalten wurde.